hallo liebe leute herzlich willkommen hier zurück so lange als blieben fief gold ich glaube folge 29 ja so wir machen weiter so und jetzt ich hab's jetzt endlich mal raus ich hab die ganze zeit mal rum gesagt ne ich hab die ganze zeit dass da steht immer r u e b e n der kerl heißt aber räumen habe ich jetzt festgestellt mal bei der betitelung der titelvergabe für folge 28 ja ja das heißt also ja das heißt räumen nicht aber gut ja eigentlich muss man das auch in der map genau das heißt ich habe immer ruben gelesen also r u e b n b e n nicht b e n und ich hab das mal zu ruben dann ausgesprochen weil blall und so keine ahnung wie war das denn jetzt hier nochmal genau wir können eigentlich mal hinter sonne genau hier waren diese türen ich weiß nicht ich hoffe mal die wache kommt hier nicht lang gott ist das so einer von denen aus wo man dreimal muss zum glück nicht kommt schnell hm 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 okay dies hat mich jetzt leicht überrascht damit aber jetzt nicht gerechnet ich dachte nicht dass er da lang geht alles klar so ein spack okay dann geht einmal ganz da hinten rum würde ich dem eigentlich gerne eine überknüppeln irgendwie hat er keine lust dass ich ihm eine überknüppel wir tun den mal hinten zu seinem kumpel legen tun dann können wir mal gucken was hinter dieser tür ist ach ja ja gut hätte man sich auch denken können so also bei den lagerräumen hier sind nur lagerräume wie sieht es denn hier so aus besser als nichts aber jetzt auch nicht so überraschend überragend meinte ich war ja klar war ja klar zack zack so gut zack 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 noch ein bisschen gold naja wieder so bisschen bisschen gold da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen bisschen ja fünf komm nochmal fünf ja noch mal supi 771 wir kommen ja langsam mal so in die region von 1000 wenigstens so was hier so ach nice ist das bad aber immerhin schon hier mit mit wasser also automatischer abzug 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 nech abzug abfluss oh gott abzug was ist denn heute schon mit einem automatischer abfluss hier ja waschbecken auch so weshalb wasserhagen brauche ich nicht ich habe hier so automatischen wasserstand so mit so einem leckeren grünem wasser Ah, das war die Tür. So, dann bleibt er jetzt nur noch, diese Tür hier hinten. Oder? Nicht alle anderen sind wir da schon gegangen. Kann das sein? Ich glaube schon. Hm, wo sind wir denn hier jetzt? Wo muss da noch hochgehen? Haben wir da vorne noch ganz am Anfang nur eine Tür übersehen? Oder einen Gang? Hallo? Ach, warte mal. Ist hier? Ne, okay. Es sah eben so aus wie eine Tür. Sorry. Sorry. Mhm. Mhm. Wir wollen ja noch auch überall, oder? Genau. Das war auch nichts. Ne. Aha. Wo geht's denn dann in den zweiten Stock? Bitte. Hm? Muss irgendwo noch einen zweiten Stock geben? Steht doch da, dass es einen zweiten Stock gibt. Oder haben wir uns hier falsche Karten... Karten? Fuck. Njum. Njum. Und wir uns hier falsche Karten verkaufen, oder wie? Das waren die beiden Lager heute. Hier war noch nichts Schlafzimmer, ne? Ja. Hm. Komisch. Komisch, komisch. Nicht komisch. Aber, nee, hier wäre ich sonst... Mal schauen wir mal hier draußen. Wo wir hier so hinkommen. Tür. Andere Tür. Alter, in der Stadt gibt's einfach auch so einen riesigen Untergrund. Und... Ja gut, das war jetzt tendenziell eher eine uncoole Sache. Obwohl, warte, ich will kurz gucken. Aber das gehört auch zu Ruben. So, ich dachte, wir werden jetzt vielleicht bei Donald oder so. Weil, na gut, es wird jetzt auch nicht so viel Sinn ergeben, wenn wir so ein paar nebeneinander werden. Aber, hallo? Bitte, was das für Karte? Das ist ja... Okay. Ja, ja, ist schon gut. Und was ist das bitte schön für ein riesen Haus? Und warum kann man nicht von dem einen Haus ins andere Haus rüber, wenn es beides... Jetzt hab ich schon wieder gelogen gesagt, wenn es beides Räuben gehört. Ich hab mich wohl wie Briten oder Engländer oder Amerikaner oder wie auch immer, wenn man im englischen Sprachraum... Räuben. Englischen Sprachraum wohl Räuben ausspringt. Räuben. Räuben. Egal. Was ist denn anders? Die haben ja erstmal so eine Mine rumliegen. Weil, ich mein, was sonst, ne? Ich mein, macht man ja so. Okay, das hier ist das Luxusbad, das ist so eine coolen Wanne, die hat was, aber wenn es jetzt nicht unbedingt meine Fliesen sind, was ist das hier? Achso, hier ist nochmal so ein nettes Klo. Warum sind hier zwei Klo ohne Trennung? Egal. Ich nehme an, einfach nicht weiter fragen. Einfach nicht weiter fragen. Oh, die Flasche hat viel gegeben. Jetzt haben wir 841. Ach, da steht noch was. Was ist das? Ah. Hm, hab ich die jetzt. Egal. Die Tür mal speichern. Vielleicht woher das? Vielleicht hier? Ja. Alter, zwei Stunden? Bitte was? Scheiße. Geht vorbei. Einfach vorbeigehen. Alles klar, ich stehe nicht mal im ganz Dunkeln. Da hatte ich aber echt Glück, dass die da jetzt gerade nicht lang gelaufen sind. Meins. Geil, 916. Wir gehen mal hier. Das ist der andere Eingang. Shit. Erstmal speichern. Ich mag ja speichern so gerne. Speichern macht Spaß. Kommt so richtig Freude auf. Okay. Fuck. Nee. Hm. Nee. Das ist doch doof. Hat er mich gesehen da oben? Der ist auf einmal so rumgeflitzt. Ja, ich glaube theoretisch schon. Äh. Da kam gerade so einer. Komm. Hier. Wie groß ist denn das hier bitte? Wie groß ist denn das hier bitte? Meine Fresse. Das ist ja riesig. Die gehen hier einmal so ganz rum. Das ist doch scheiße. Ich weiß ja dann jetzt nie, wann die von irgendwo wieder kommen. Kein sei, dass sie direkt hinter der Tür stehen. Boah. Genau das meinte ich. Scheiße. Komm, lass mich durch. Wo ist denn der Intruder? Komm schon. Hey, du helfst, du schluss die Tür. Okay, dann halt nicht. Vielleicht laden wir doch hier neu. Wir laden mal hier neu. Wir müssen das irgendwie anders angehen. Wir müssen das irgendwie anders angehen. So, klauen. Warte mal. Ah, warte mal. Hallo, wie kann ich denn hier so eine Mine leben? Ich hoffe mal, es regt mich allzu viel Aufmerksamkeit. Ich weiß noch nicht, wo es entliegt, etwa zwei zu legen. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Die gehen doch auch hier lang. Das haben wir doch gesehen, oder? Dass die hier auch lang gehen. Ich hoffe, die kommen jetzt gleich. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt hier ausgemalt habe. Hallo. Jetzt wollen die jetzt nicht mehr hier lang gehen, oder wie? Ich gehe mal lieber noch ein bisschen weg. Ich weiß ja nicht, wie groß die Inklusionsreise sind. Also, wir hinten sind doch nur die beiden, oder? Dann sollte das doch kein Problem sein. Dann sollte das das alles nicht mitkriegen, oder? Okay, der andere will nicht reinhoffen in meine Mine. Ja, er war jetzt nicht ganz so intelligent von mir. Äh, nee, nicht, nicht, nicht saven. Aber warte mal, wir können ja auch. Jetzt habe ich es ja. Bitte, wir machen das normal. Ich probiere es jetzt. Ich will es probieren. Komm schnell. Wo sind sie? Alles klar. Voll die Tollen liegen. Also, Mine. M-m-m-mine. M-m-m-tür. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Ach, sie... Ach Gott, da vorne. Warte mal. Vielleicht geht er ja dann zufällig. Oh, ich weiß. Nein, wo war das nicht geplant? Oh, diese scheiß Typen hier, geben mir auf den Sack. Also, Mina, hallo. Damit ich es nicht wieder direkt vermassle, indem ich mich zeige, war ja auch extrem intelligent von mir, habe ich gehört. Also, wir können ja auch von woanders warten, zuschauen. Ich schieke mal wieder ein Flugzeug bei mir vorbei, alles klar. Aber, ist halt nicht so, als wollte ich die gerade aufnehmen. Nein, ich wollte diese Platte gar nicht mehr nehmen, egal. Na ja, machen wir 866. Hatte ich da nicht eben mehr, ich hatte eben 916. Habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Hm? Wo habe ich denn jetzt meine Räume rein? Ich hatte auch eben mehr. Oder hatte ich da schon aus einem von anderen Räumen auch was mitgehen lassen? Ich glaube, einen hat es erwischt. Ich glaube, ich glaube, ich habe nicht mehr. Bitte lass den reinlaufen. Sehr gut. Das hat hervorragend funktioniert. Ach ja, den hatte ich noch mitgehen lassen. Ja, jetzt haben wir auch wieder hier 916. Überschreiben wir den mal. Jetzt laden wir den aus Versehen, weil es der neueste ist. Weil ich es nicht dran denke. Ich es nicht schnell. So. Dann geht es mal diese komische Frau, glaube ich. Was ist das? Nichts. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Hoppala. So, hier vorne gab es noch hierzu. Ich hoffe, da läuft jetzt nicht wieder einmal drum. Speichern oder zum Wohnen. Ich glaube, es waren die beiden, die wir jetzt ausgedügelt haben. Hallo, ich will den haben. Gib mir den. Dann gib mir zumindest den. Bei 966 haben wir jetzt schon mal. Ah ja, hier müssen wir vorsichtig sein. Ah, hier geht es hochzunehmen. Nun würde ich mal sagen, den Kerl da oben auszuschalten und was hinter dieser Doppeltür ist, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ob wir das Sinn kriegen. Bis dahin. Ihr seid raus. Ich bin es auch. Ich bin es auch.